hab nix mehr geht mir ganz ähnlich aber dann mach du zuerst ich glaube erst mal den vollen da hinten raus ein oxygentank oder hast du jetzt wieder zwei ich habe zwei mann ist angelegt ja okay okay dann passt du nicht uns fehlt trotzdem einer ja einer fehlt also wir hatten hier einer einer habe ich noch drin aber ich bringe ich brauchst ja nicht nur aber dann wissen wir wo ist alles gut das müsste jeder zwei haben plus zwei die halt so rum und das ist im moment halt nicht der fall weil jetzt im moment wäre nur einer übrig aber riko hat ja noch einen von daher alles easy nichts verloren gegangen aus diesen meteoren kommt nur links raus ja ja jetzt ist ja auch interessant ich meine dieses normal nicht oder ach ich weiß es auch nicht ich muss erst mal was futtern so ja jetzt gucke ich jedenfalls schon mal auf die zweite seite vom questbuch ich weiß was ich schon immer machen wollte ne ich weiß nicht mal reinhauen die reinhauen die es auch was ja sag mal brennt ihr die schuhe ne aber der helm meine schuhe brennen nicht man die sind aus mondfahrermetall ja fabricator was brauchen wir denn dafür das ganze bauen mail eigentlich alle oder was in der kiste oben drin sein oh ja das dafür brauchen wir ein bisschen was ich mache die redstone fackel und den lever und die buttons mache ich auch noch obwohl einmal das gar nicht so viel aluminium kabel brauchen wir und aluminium ingots haben wir oder können wir machen ja das ist eigentlich easy wir brauchen eine menge wolle aber das ist auch nicht das problem ja von den neuen und schäden haben wir ja genug da ja eben ich brauche noch mal eine kiste weil bei den nächsten quests werden wir wohl ein bisschen mehr zusammenarbeiten müssen nicht dass jeder eine machen muss dann mach ich mal eine kiste und packen wir mal das rein was wir schon an zutaten gemacht haben oder dann würden wir das nicht zwei drei vier mal machen wischt ihr was ich meine die stelle ich hier einfach in der mitte des raumes hin und da packen wir die sachen rein die wir schon fertig gemacht haben ich baue jetzt erstmal einen hebel und ein paar knöpfe und eine redstone fackel nee erstmal gehe ich ernten weil unser feld da hinten ist ja hat ein meteor eingeschlagen geht doch noch nicht ernten ist doch noch nicht alles fertig okay haben wir noch irgendwo holz nee war no oh dann haben wir eine axt irgendwo ja wo denn warte ich fährst du rüber zu dir du hast mir weiter kommen aus nicht weit genug geflogen wo bist du überhaupt hinter dir bei den bäume vorbeigucken ja genau weiter 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 du guckst mal hier unten vor mir weiter weiter rechts ich seh dich immer noch nicht ich bin über sie über mir ist die erde hat alle verstrahlt ach da da unten die pickaxe bei der links jetzt irgendwo links von dir ja genau da haben sie alles klar ich habe mich jetzt entschlossen ich mache so eine art raumschiff hier weißt du was in der luft schwebt und das auf dem mond ja verrückt übrigens die axt die ist jetzt nämlich kaputt ja egal da rausgekommen ach ein apfel lecker lecker apel gut aber das sollte ja auch schon reichen an holz so so was wollte ich machen sticks und nebel haben wir koppel jawoll guck mal im gobbel generator und gobbel füllt sogar immer alleine voll auf jup alter also koppel haben wir so ein bisschen was da ja koppel ist nicht mehr das riesenproblem jetzt ja der füllt sich jetzt schon alleine auf das ding wie oft willst du das jetzt mal eben sagen der füllt sich immer schon alleine auf das ding ach so das ist ja cool das hast du gut gemacht so redstone torch warum noch redstone torch da oben zwei buttons den dahin den dahin buttons buttons waren einfach äh stein ne ja richtig ok haben wir eigentlich koppelts ich weiß nicht ich glaub der füllt sich alleine auf ah das ist ja praktisch wir haben das so gut gebaut ey das ist ja ich weiß es auch nicht ja experten wieder das war richtig experte ja muss ich auch sagen da geht schon was so ein button haben wir aluminium ignutz haben wir auch schon fertig ne cool auf jeden fall eine ganze menge cent von haben oder gravel ne ne haben wir auch schon fertige barren sehr geil so dann machen wir was baut der denn da hinten der baut ein raumschiff hat doch gerade gesagt ach warum so weit weg alles kann ich wollte es nicht da oben rüber bauen direkt tja und wisst du was weißt du mehr fabricator gleich fertig was kann man mit dem fabricator fabrizieren erstmal kann man dadurch eine quest fertig haben sehr schön ach nee warte mal ach ich brauche noch die doofen kabel wie mache ich denn die kabel war ja ganz vergessen ach so mit wolle genau da braucht man die wolle haben wir noch welche hier ja die greife ich mir mal ne ja wenn nicht dann ebenso noch diese infected dingens ja ja geht schon ach das war komplett ne alle neunfelder voll genau das silk mesh vier glaube ich nur oder nur vier ah vier ja habe ich schon mal acht wolle wie brauche ich denn zwölf na da muss ich doch noch mal ein bisschen infected zeug ernten gehen und wieder silkworms also damit werden wir auch nie probleme haben glaube ich da wieso haben wir denn die elektrischen siebe nicht hier unten aufgebaut an dem generator hier der macht doch der macht 500 rf alter aber das problem da ist nur der stein oder dieser meteor nur ja der hält nicht ewig kurz um sich 22 millionen energie hat und wenn die alle ist das alle genau also bis dahin mussten wir uns eh auf ja weil weil der chemical composer der macht den ja schon 100.000 voll versteht stimmt der zieht jetzt natürlich auch ordentlich was weg da ne ja da war das ja möglicherweise gar nicht die beste idee das ding da unten hinzustellen ja was macht ihr denn mit der synthese maschine medical composer ja wir haben da so ein bisschen weiter gemacht schon bisschen da kümmere ich mich mal weiter um die holzkohle hier du 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 ne ähm also das ist eigentlich gar nicht so schwierig da kannst du gerne dich mit beschäftigen auch also doch eigentlich ist es ziemlich kompliziert aber ich stücke ich brauch doch bloß zwei so die frage ist wo stelle ich den fabricator denn jetzt gleich hin wenn er fertig ist also Rico hat ja nicht unrecht wenn ich da unten jetzt auch noch mit anschließt dann wird es natürlich irgendwann interessant von daher wäre es schon angebracht irgendwie den auch oben mit hin zu stellen oder naja also die die zwei generatoren die ich hier betreibe ich bin schon echt die ganze zeit nur am am holzkohle machen damit ich die dinge am laufen halte also ja der braucht 250 gf pro tic wir müssen uns irgendwas einfallen lassen dass wir mehr mehr strom kriegen oder generator basteln ja ja einmal ich muss hä warten föhnen brauch mal kurz deine mittlere kiste hier ne ach ich darf jetzt hierher so haben wir ähm holz gehen hallo was holz es artet schon echt in stress aus hier die dinge aber zu betreiben mein lieber mann Das glaube ich dir unbesehen. Ich gucke mal, ob ich die Alukanister einschmelzen kann. Weil die Kiste oben wird irgendwie gerade recht voll. Nö, also jedenfalls nicht im normalen Ofen. Na gut, dann nicht. Ja, wo baue ich denn jetzt hin? Soll ich denn jetzt unten oder rum hinschauen? Sagt mal. Du, ich weiß es nicht. Ich hoffe ja, dass wir dann dann, wir brauchen den erst mal unten. Ich hoffe, dass wir dann irgendwas haben, was effektiver Strom generiert, als mit der ollen Kohle hier, was ich gerade mache, um die Siebe zu betreiben. Ja gut, dann baue ich den unten mit hin. Ich brauche noch ein Holz. Wir haben jetzt auch Aluminiumkabel. Also, wenn du da noch was anschließen willst, irgendwann, dann jetzt kein Problem mehr. Ich komme mich gerade mal um die... Ja, ich schaffe mal. Ah ja, du weißt schon mal, irgendwie. Ähm, Spitzhackel. Spitzhackel? Ist gerade irgendjemand mit zugange, oder? Wäre die zurzeit verfügbar? Oder ist die kaputt? Die müsste verfügbar sein. Ich hatte die eigentlich hier in die Kiste reingepackt, die Diamantspitzhackel. Da ist nur ein Diamantenhammer drin. Ne, machst du die? Ach ja, die habe ich. Das ist egal, ich mache mir einen aus Cobblestone. Das ist ja stopp. Ne, hier kannst du haben. Ich habe schon ausgeworfen. Nicht auf der Dingschess drauf. Hä? Auf der Dingschess? Ach da, ja. Na ja, vor mir auf der Workbench. Jupp. Okay. So, dann baue ich den hier unten einfach mal mit neben, ne? Neben den, die Composer. Warte mal, jetzt haben wir ja die Kabel. Kann man das hier ja schon mal ein bisschen schicker hinstellen? Hm. Obwohl. Na ja, schick kommt später. Jetzt hoffe ich, dass die Connection... Wollst du dich brennen lassen? Natürlich nicht. Ah, Mist. Wieso eigentlich nicht? So genau. Wo kriegen die? Holzfahnen bauen. Wo kriegen denn die Aluminium... Dinger ihren Strom her? Okay. Da hat unser Onkel aber ein tolles Raumschiff gebaut, ey. Gar nicht mal so einfach zu durchblicken, die Technik hier. Na ja. Kommt noch, kommt noch. Na gut. Dann geht das hier nicht. Einfach müssen wir noch ein bisschen für Strom sorgen. Dann kommt Schönheit. Na ja. Ja, nur... Also es gibt ja einmal diese Blöcke, die wir da eben hatten. Diese mit dem roten. Und dann gibt es Aluminiumkabel. Und ich habe nicht so richtig den Durchblick, warum ich was wo benutzen kann. Aber gut. Kann auch nicht alles wissen. Wäre ja langweilig. So, da kommt der Fabriketter jetzt hin. Bombs. Und der kriegt keinen Strom. Warum nicht? Weil der wahrscheinlich von der Seite Strom braucht. Oh, wah. Wah. Nee, auch nicht. Hä? Ach du Scheiße. Äh. So, ich brauche Dirt. Batteries lost or use a connected power source. Ja. Dirt kannst du dir vielleicht von draußen hier. Guck mal, hier sind fünf Stück. Du musst die Dinger mal auffüllen hier. Oder? Ausgehoben hab. Auf dem Holzding. Da geht's nicht. Da geht Strom dran. Es wird noch nicht ganz reichen hier. Zack, das war's. Ja, das reicht jetzt ja erstmal so nicht. Brauche ich noch. Weil wenn du jetzt eine Holzfarm baust, das wäre ja optimal, ey. Ist ja irgendwo Holzkohle? Holzkohle? Ja. Äh, ja. Hier oben in dem Eimer kommt da mal ein bisschen. Ja, jetzt krieg ich das auch. Ja, kannst du dir aber nicht alles rausnehmen. Oder brauchst du alles? Nee, nee, nee. Das ist einfach mal testweise. Da. Setzlinge. Mal kurz hier hinten die Dings mal weg. Und bleib' ich mal raus. Okay, Fabricator. Und jetzt? Jetzt, äh, jetzt weiß ich gar nicht. Kompressor sollen wir jetzt bauen. Alter. Hm, na gut. Ja, oder, ja, ich weiß, was gibt's denn für Generatoren, ey? Könntest du überall Setzlinge hinmachen hier noch, oder was? Nee, ich sollte eigentlich alleine pflanzen. Als Schaxen. Zombie-Generator. Achso. Ja, soll ich mal die reinmachen? Too high. Okay. Wird noch reinmachen. Wollt eine Diamant-Ax reinmachen? Wer ist das Teil? Ja, die. Das ist... Oh, Progressive. Was? Holz und Redstone. Haben wir noch Holz... Oh, uns, also keine... Also, Holzstämme? Äh, wenn wir uns beeilen, sind hier noch welche dran? Fünf Stück hab' ich noch. Reicht nicht ganz rum. Ja, dann ist, äh... Da geht's bei mir wirklich... Ich hab' ne Diamanten, da geht's ein bisschen schneller hier. Ähm... Hat jemand von euch ne Idee, wie wir mehr Strom produzieren können? Wie viel haut ihr aber draus, der Sterling-Generator? 20 RF pro Tick, oder so? Ja, das ist ein bisschen automatisieren, das Ganze. Ja, ist der... Ja, 20 RF pro Tick, ey. Wow. Hm. Ich guck' mal, wie viel Saft ist denn in dem unten noch drinne? Noch 20,57 Millionen RF. So, ich hab' jetzt 23 Holz, ne? 29. Pack dir das hier in die Kiste. Dann kannst du's gleich... Ja, die kannst du's erstmal wieder in deinen... Packen. Setzinger gepflanzt wieder irgendwo? Warten, dass der Cleanstone hier durch ist. Also ich hab' mal Generator eingegeben, ne? Und ganz ehrlich, im Moment kommen wir an nichts Besseres als den Sterling. Weil... Ja... Nukleargenerator und so können... Brauchen wir nicht mit anzufangen. Aber warte mal, da gibt's noch einen... Da pennt's aus. Weil wir haben hier verdammt lange Tag. Ich hab'n Enderman Kopf gekriegt. Lock auf den Tisch. Solarpanel, ja, haben wir hier. Solarpanel 1. Für was? Brauch mal... Ähm... Ne. Wie kann ich denn so'n scheiß... Solarpanel bauen, Alter. Zeig' den mir nicht an. Wo heißt du Solarpanel 1, oder was? Solarpanel, ja. Ah, jo. Äh, die Frage, der tickt ja nicht mit... Ach doch. Äh, der tickt ja nicht mit RF. Also die Frage ist... Da kann ja mit Charcoal nix anfangen. Wenn da irgendwo normale Holz... Äh, normale Kohle? Ähm, wenn dann... Ja, hier im Ofen ist doch welche. Ne, normale Kohle, keine Holzkohle. Ja, klar, hier unten. Beim, beim ersten Ofen. Da liegt doch ne Menge in... Ne Menge nicht, aber ein bisschen was in der Kiste. Fünf Stück. Und ansonsten nimm doch... Schau, ich mein' da auch schon, dass alle... Kling's raus. Ähm, aber die Frage ist ja, in der Tat... Das ist Basic Solarpanel. Full Solarpanel, alter. Okay, das, äh... Glaub ich, können wir auch noch haken mit dem Solar-Ding. So schlimm, ja? Äh, ja. Das ist schon, schon hart. Leute, die Kiste in der Mitte habe ich da extra hingestellt, damit da, äh, die Sachen reinkommen, wenn wir irgendwas craften. Hier, Anfänger. Aber bringt mal ruhig alles durcheinander. Einfach so geplant. Da spricht wieder der, was war das? Fachkraft für Lager. Fachkraft für Lagerwirtschaft, oder was? Ah, jetzt geht das. Ja, das kannst du haken, ey. Mit dem Solarpanel erstmal. Dafür brauchen wir... Alter. Wobei, nee, das können wir nicht, aber dafür braucht man schon den... Warte mal, das ist gar nicht mal... Moment mal! Also ich habe ja den Applikator jetzt gerade gebaut, und mit dem können wir da vielleicht doch was draus werden. Ähm, du, sag mal hier, wie baue ich denn so eine Regale, wo ich... Warte mal, das ging doch, glaube ich, ganz einfach. Nee, das war nur... Tja, das war auch nicht sowas auch nicht. Eisen, Kohle? propell壓. Du bist curisch. auch noch nicht vào... beiov望能 sich...